Willkommen bei Alpha und Omega. Ende Oktober ist Reformationstag und 2017 Lutherjahr. Genug Anlass, also um über den Reformator nachzudenken. Geschrieben wurden und werden gerade jetzt viele Bücher, in der Regel von evangelischen Theologen, aber es ist auch ein katholischer Politiker dabei. Was müsste Luther heute sagen? Lautet der Titel des Buchs und geschrieben hat es Dr. Heiner Geisler, Mitglied der CDU, lange Jahre Generalsekretär und Minister in der Ära Helmut Kohl. Herr Geisler, wie kommt man mit 86 Jahren auf die Idee, ein Buch über Luther zu schreiben? Ja gut, ich war ja Generalsekretär der CDU und da hat mich natürlich das Verhältnis zwischen Protestanten, ich will es mal so ausdrücken, und Katholiken interessiert, weil die CDU ja eine Union ist und zwar Union von katholischen Christen, evangelischen Christen, weil nach dieser von den Nazis produzierten Katastrophen 1945, man Schluss machen wollte, zumindest mit der politischen Spaltung der Konfession. Theologisch, das konnte die Politik nicht machen, aber die deutsche Geschichte ist ja in den letzten 500 Jahren gekennzeichnet gewesen durch Religionskriege. Wir sind zum Kulturkampf, Bismarck gegen das Zentrum und gegen die katholische Kirche. Also das sollte nun ein Ende haben, der Streit, der politische Streit zwischen den Konfessionen und das ist ja glücklicherweise auch geglückt. Sie sind 1930 geboren worden. Wenn Sie sich in Ihre Kindheit zurückversetzen, wie haben Sie damals als Katholik die evangelische Kirche erlebt? Die habe ich an sich nicht erlebt, mit der Ausnahme der Tatsache, dass die Evangelischen in Oberndorfer-Mekka halt vor zwei Jahrhunderten oder 150 Jahren auf die Idee kamen, in dieser katholischen Stadt auch eine Kirche zu bauen. Und dann haben die aber nicht mitten in der Stadt gebaut, wo die katholische Kirche steht, sondern auf dem Berghang über der Stadt, was den katholischen Stadtpfarrer saumäßig, würden die Schwaben sagen, geärgert hat, weil halt Sonntagsevangelischen dann immer auf die katholischen heruntergucken konnten. Und dann hat er ein paar Mal gesagt, das ist mir als Ministrant in den Ohren geblieben, wenn es nur diesen Luther nicht gegeben hätte. Aber schon damals habe ich gedacht, es muss aber irgendwie ein wichtiger Mann sein, wenn so viele Leute seine Konfession oder seine Religion für richtig halten und die sogar eine eigene Kirche haben. So habe ich mir das gesagt. Und das ist eigentlich dann schon verstärkt worden in der Politik, die Zusammenarbeit zwischen evangelischen katholischen Christen. Das war natürlich für die CDU eine elementare Angelegenheit. Aber es gab doch zu dieser Zeit schon ein gespanntes Verhältnis zwischen den Katholiken und den Protestanten, wenn Sie das mit heute vergleichen. Ja, natürlich. Das Verhältnis war bis 1945, 50, bis die Union kam, schon sehr gespannt. Das ist klar. Das kann man an der politischen Landkarte auch sehen. Gerade in der Pfalz, das ist das eine Dorf katholisch, das andere ist evangelisch. Das haben wir ja zum Teil auch in Baden-Württemberg. In der Pfalz, da leben Sie, da wird ja auch immer noch von den Protestanten gesprochen. Da heißen die evangelischen Protestanten. Die Kirche heißt protestantische Kirche. Protestantische Landeskirche der Pfalz und evangelische Kirche. Das ist also zwei Titel, weil die Pfälzer Protestanten sind ja Unions-Protestanten. Das sind keine Lutheraner, das sind auch keine Reformierten, sondern sind sozusagen Unierte. Und das hat sich bis vor wenigen Jahren oder vor Jahrzehnten auch politisch ausgewirkt. Die katholisch geprägten Dörfer, die haben ja CDU gewählt und die evangelisch geprägten Dörfer nicht gerade SPD, aber auch SPD, aber auch liberal gewählt. Und das ist eben jetzt vorbei. Das ist vorbei. Warum ist das vorbei? Ja, weil die Leute kapiert haben, dass natürlich diese konfessionelle und politische Trennung heute einfach nicht mehr in eine Zeit passt, die ganz andere Probleme hat, als die Probleme, die evangelische und katholische Theologen untereinander beraten und diskutieren und sich selber für wichtig halten. Sie haben sich aber dann doch sehr mit der Person Luther jetzt in diesem Buch beschäftigt und auch viel gelesen. Sie haben geschrieben in diesem Buch, das meiste kann man eigentlich gar nicht verstehen, was er da geschrieben hat. Hunderttausende von Zeiten. Welche Relevanz hat denn dann Luther heute noch? Ja, ich habe gesagt, Hunderttausende von Büchern sind über ihn geschrieben worden, aber er hat auch viel geschrieben. Er war ja der Initiator einer modernen Informationspolitik, wenn man das so will. Er hat ja die Buchdruckerkunst in den Dienst seiner Theologie gestellt und das, was er gesagt und vor allem auch als Professor gelehrt hat in Wittenberg, ist dann in Zehntausenden von Schriften in ganz Deutschland verbreitet worden. Er hat die Bibel übersetzt in die deutsche Sprache. Er kann unweitens auch als Schöpfer der deutschen Sprache bezeichnet werden. Er war insoweit ein sehr moderner Mensch, was man sich von beiden Kirchen, vor allem von der katholischen Kirche natürlich heute auch wünschen würde. Die ja im Internet praktisch nicht stattfindet, mit Ausnahme von ihrer Sendung, Senderinstitution, der wir uns im Moment gerade befinden, Alpha und Omega. Das ist ja schon ein gewisser Fortschritt. Danke. Was denken Sie denn, welche Rolle die theologischen Probleme, die Luther früher hatte? Er war ja in erster Linie doch Theologe und ein sehr gläubiger Mensch. Er war ja Mönch gewesen. Und was glauben Sie, was diese Themen, die damals eine große Rolle gespielt haben, also wie finde ich einen gnädigen Gott? Interessiert das heute noch jemanden? Also das müssten beide Kirchen nochmal intensiv miteinander diskutieren. Auch die ganze Rechtfertigungslehre. Die katholische Kirche hat sich ja in dieser gemeinsamen Erklärung praktisch bekannt zu der Rechtfertigungslehre von Luther, was ich für einen Fehler gehalten habe. Denn was heißt Rechtfertigung? Die Frage ist, ob sich die Menschen vor Gott rechtfertigen müssen oder ob sich nicht umgekehrt Gott rechtfertigen muss. Für die Schöpfung, die er zu verantworten hat. Und das ist die Frage der Theodizee. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt angesichts von Auschwitz und German Wings, was wir vor zwei Jahren erlebt haben. Kann man nach Auschwitz noch über Gott reden? Ja, nach Gott nach Auschwitz. Also diese Frage ist ja von beiden Kirchen nicht beantwortet. Und kann auch nicht beantwortet werden. So ehrlich sollten die Theologen sein. Aber das hat Luther ja eigentlich nicht so sehr interessiert, die Theodizee. Luther war da völlig überspitzt. Er hat sich vor allem erstmal mit sich selber beschäftigt und hatte ein sehr starkes Sündenbewusstsein. Glauben Sie, dass man heute noch in der Art und Weise von Sünde sprechen kann, wie Luther das getan hat? Das kann man natürlich nicht mehr. Die ganze Sündenhysterie und sind, was ja auch zurückzuführen, ist auf die Kirchenväter. Auf Herr Rönnemus, der notorische Falschübersetzer, der Metanoate, also das Umdenken interpretiert hat, nicht übersetzt hat, in der Vulgata mit Tu et Buse, Penitentiam Agite, eine totale falsche Übersetzung. Und das haben die Kirchen natürlich schon propagiert. Weil wenn die Leute ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen müssen, da kann man sie natürlich auch besser belehren, um nicht zu sagen zu manipulieren. Und deswegen muss das aufgearbeitet werden. Ich habe einen Verwandten, Protestant, evangelischer Christ, der wenigstens alle 14 Tage in die Kirche gegangen und eines Tages ist er aus der Kirche ausgetreten. Da habe ich gesagt, warum bist er denn aus der Kirche raus? Dann hat er gesagt, also ich bin es einfach leid. Immer wenn ich in die Kirche gehe und der Pastor oben auf der Kanzel predigt, bin ich es leid, ständig als Sünder bezeichnet zu werden. Ich habe dann, und hinterher muss ich das sogar noch singen, weil bei den Evangelischen ist es ja noch so. Und dann hat er gesagt, da habe ich mir die letzten drei Monate mir überlegt, welche Sünden ich begangen habe. Da sind mir gar keine eingefallen. Und insofern in einem solchen Laden will ich nicht bleiben. Gut, er ist wieder eingetreten. Aber dieses Gefühl haben natürlich viele moderne Menschen. Ich weiß, dass diese Sündenhysterie, wie sie bei Luther vorhanden war, von der auch Luther gepackt gewesen ist, dass die nicht mehr in die Zeit passt. Wo würden Sie Sünden heute benennen? Wo gibt es noch Sünder und Sünden in der Umwelt? Nicht bei einfachen Leuten bei Arbeit. Natürlich gibt es Sünden auch. Darüber kann man ja vielleicht noch reden. Zum Beispiel im Verhältnis innerhalb der Familien. Häusliche Gewalt zum Beispiel ist eine schwere Sünde. Die Fall von Männern begangen werden gegen die eigenen Frauen oder gegenüber den Kindern. Mädchenhandel, Menschenhandel, die Schleppertätigkeit. Die Größten sind heute diejenigen, die über das meiste Geld verfügen. Die Kapitalisten, die Devisenhändler, die Spekulanten, die Investmentbanker. Die Millionen von Menschen um ihr Eigentum gebracht haben. Das sind die eigentlich schweren Sünden, um die es geht und mit denen sich die Kirchen natürlich beschäftigen müssten. Was fehlt? Die Auseinandersetzung. Ich war bei der Kirchen mit der Wirtschaftsordnung auf dieser Welt, mit dieser kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die Ungerechtigkeit, Armut und Umweltsünden produziert und damit auch verantwortlich ist für die große Menge von Flüchtlingen, die wir heute haben. 60 Millionen. Das wird noch mehr werden. Klimakonferenzen. Paris hat das vorausgesagt, wenn nichts geschieht. Der Einzige, der sich damit global auseinandergesetzt hat bei der Papst Franziskus. Die evangelische Kirche hinkt da ein bisschen hinterher, weil sie eben nicht universal organisiert ist, sondern aus Landeskirchen besteht. Während die katholische Kirche natürlich hinter der evangelischen Kirche in anderen wichtigen Punkten hinterherhinkt, 500 Jahre zu spät dran ist. Sie sind selber ja mal im Jesuitenorden gewesen. Ich vermute also, dass Sie zumindest als junger Mensch ein sehr religiöser Mann waren. Frage, sind Sie das heute noch? Und warum sind Sie eigentlich damals aus dem Orden ausgetreten? Ja gut, ich bin mit 23 Jahren ausgetreten, war vier Jahre bei den Jesuiten, die ich heute noch sehr verehre, mit denen ich sehr verbunden bin. Man muss ja nach dem Noviziat ewige Gelübde ablegen, Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und am Ende meines Philosophiestudiums mit 23 Jahren habe ich halt erkannt, dass ich zwei von diesen Gelübden nicht so gut halten kann. Das war nicht die Armut. Und dann habe ich die Konsequenz gezogen. Vor allem der Gehorsam, vermute ich. Keuscham nicht, das andere natürlich erst recht nicht. Und ich würde mir wünschen, dass die katholische Kirche nicht mehr länger junge Männer in diese Gewissenskonflikte stürzt durch diese biblisch nicht zu rechtfertigende Regelung des Zölibats. Zölibat muss so bald wie möglich abgeschafft werden. Die evangelische Kirche hat das ja dank Luther gemacht. Luther hat das ein Punkt, wo die evangelische Kirche, der katholischen Kirche, wie gesagt, um 500 Jahre voraus ist. Wenn jemand freiwillig in einen Münchsorten eintritt, ist es seine Sache. Aber Menschen, die Priester sein wollen, die Pfarrer sein wollen, sich um die Menschen in den Dörfern, in den Städten kümmern wollen, denen die Ehelosigkeit auch noch als Wille Gottes aufzuoktroyieren. Das spricht absolut gegen das Evangelium. Die Apostel waren alle verheiratet. Manche meinen sogar, dass Jesus verheiratet gewesen ist, auf jeden Fall eine Frau gehabt hat, weil die Prediger damals in Palästina war völlig ausgeschlossen, dass die ohne Familie, ohne Frau gewesen sind. Das will ich jetzt aber gar nicht weiter erörtern, sondern es ist auch eine Sache der lateinischen Kirche. Wir haben ja die uniierten Katholiken in der Orthodoxie und da dürfen die Pfarrer und die Priester heiraten. Es ist also eine reine kirchenrechtliche Rechthaberei, die hier auf dem Rücken dieser Menschen betrieben wird. Und man kann vielleicht auch sagen, deswegen melden sich auch relativ viele für den Priesterberuf in der katholischen Kirche, obwohl sie dafür nun überhaupt nicht geeignet sind. Da haben Sie Sorge, dass die Falschen diesen Beruf ergreifen? Die Falschen und halt auch immer weniger. Bei mir zu Hause sind jetzt wieder sechs Pfarreien zusammengelegt worden. Ich war in eine Großpfarrei. Das ist alles, das hängt mit der Kurie zusammen. Ich war mit dieser festgefügten, ideologisch verfestigten Bürokratie. Und das ist schon zu Luthers Zeiten ein Problem gewesen. Das hat Luther ja stark kritisiert. Natürlich, aber nicht nur Luther, sondern der Papst Hadrian VI., der leider viel zu kurz regiert hat, drei Jahre, Anfang der 20er Jahre im 16. Jahrhundert, 1522 bis 1525, der hat auf einem Reichstag der Papst gesagt, durch seinen Legaten sagen lassen, das Erzübel der katholischen Kirche ist die Kurie. Ein Papst gesagt, Hadrian VI. Und das ist bis auf den heutigen Tag richtig und beleuchtet ja auch die Auseinandersetzung, die der jetzige Papst mit der Kurie hat, wenn es darum geht, die Kirche in einem vernünftigen Sinn wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen. Das gilt vor allem für das Verhältnis der Kirche zu den Frauen. Das ist nachher ein katastrophales Verhältnis, was die Kirche hier sich anmaßt, da sie sagt, die Frauen, die können kein Weiheamt übernehmen. Das ist auch absolut unbiblisch. Das ist nicht die Auffassung von Jesus gewesen. Nun hat ja die evangelische Kirche dank Luther das geändert, sehr vieles geändert. Trotzdem klagen auch die evangelischen Kirchen darüber, dass immer weniger in die Kirchen kommen, also dass immer weniger Gläubige da sind. Es können gar nicht genug kommen. Und wenn sie natürlich eine optimale Lösung haben wollen für die Verkündung der Botschaft des Evangeliums, dann ist natürlich auch die Zahl der evangelischen Pfarrer und Pfarrerinnen noch gering. Aber so katastrophal, wie es in der katholischen Kirche in Deutschland aussieht oder auch in Frankreich, ist es natürlich in der evangelischen Kirche nicht. Und seine Verantwortung jetzt der Bischöfe, der Bischofskonferenzen, den Papst in dieser Tendenz, auf die Frauen zuzugehen, ein anderes Verhältnis zu den Frauen zu schaffen, den Papst hier zu unterstützen und nicht auf die Kurienkardinele, die es er natürlich auch gibt, die da dagegen arbeiten, sich darauf abzustützen. Nochmal zu Luther und Ihrem Lutherbuch. Was fasziniert Sie an der Person Luther? Gut, es war ja Luther, was wir hier geredet haben. Was Luther zum Beispiel eine ganz moderne Frage positiv beantwortet hat, ist die Frage der Ehe, der Ehescheidung. Er hat ja die Ehescheidung erlaubt und ermöglicht, zum Beispiel gerade wegen des Problems der häuslichen Gewalt. Die katholische Kirche tut immer, ich war Sakrament der Ehe, die Ehe wird sakralisiert, aber es gibt ja eine ganz geheime, dunkle Seite in unserer Gesellschaft und das ist die häusliche Gewalt. Und Luther hat schon damals gepredigt gegen das Wüten der Männer, gegen die Frauen. Und er sagt, Vergewaltigung und Körperverletzung innerhalb der Ehe führt dazu, dass die Ehe sich selber auflöst, womit er ja recht hat. Und als der Papst von den Philippinen zurückkam, hat er im Flugzeug völlig richtig gesagt, kann ja nicht einer Philippiner, einer Ehefrau, die fünf Kinder hat und die von ihrem Mann jeden Tag geprügelt wird, verlangen, dass sie ihr Leben lang bei diesem Mann bleibt und vor allem, dass sie nicht wieder heiraten darf, obwohl das Finden eines neuen Partners die einzige Chance ist, für die Frau ökonomisch, also wirtschaftlich überleben zu können. Barmherzigkeit, das ist etwas, was Luther diesen Menschen gegenüber geäußert hat, wer das katholische Kirchenrecht, das katholische Dogma, was die Sakramentalisierung der Ehe anbelangt, eine rein kirchenrechtlich ganz harte, knallharte, unmenschliche Regelung ist. Ihr Buch heißt ja, was Luther heute sagen sollte, nicht was würde Luther heute sagen. Nein, das kann ich nicht, aber was er sagen sollte. Was soll er denn sagen, Ihrer Meinung nach? Er sollte vor allem sagen, also macht nicht dieselben Fehler wie wir damals. Das heißt, redet miteinander, sprecht miteinander auf Augenhöhe. Die theologischen Probleme, die wir damals gehabt haben, sind heute nicht mehr relevant. Die katholische Kirche hat sich durch das Zweite Vatikanische Konzil reformiert und hat die Volkssprache in der Liturgie eingeführt, das Atemmahl in beiderlei Gestalten jetzt ermöglicht, eine ganze Reihe von Reformen bereits durchgeführt. Und deswegen steht eigentlich einer Einheit nichts mehr entgegen. Und die Welt wird heute regiert von unchristlichen Werten, von kapitalistischen, geldorientierten Interessen. Und deswegen müsste eigentlich die evangelische Botschaft, die christliche Botschaft, die Botschaft, die jesuanische Botschaft, sie müsste heute auch in die Politik übergehen. Aber die Kirchen werden nicht richtig gehört. Warum? Weil sie selber noch gespalten sind. Woran liegt das? Warum sind die immer noch gespalten? Sie sagen, das ist eigentlich gar nicht mehr relevant, was Luther damals umgetrieben hat zum Beispiel. Ja, natürlich ist das, wenn man auf den Kern der Sache kommt, fast nicht mehr verständlich. Es gibt ein großes Hindernis. Das ist der Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes. Das wird kein Protestant akzeptieren können. Können auch die allermeisten Katholiken nicht akzeptieren. Sie können es ja nicht akzeptieren. Natürlich nicht. Das kann ja auch gar nicht sein. Das spielt aber eigentlich im täglichen Geschäft auch nicht so eine große Rolle, oder? Die Unfehlbarkeit. Das spielt kaum eine Rolle mehr, nicht? Das hat zum Schluss noch eine Rolle gespielt, weil den Mariendogmen von Pius XII. Ich war sogar die leibhaftige Himmelfahrt von Maria zum Dogma erklärt hat. Da müssen Sie dran glauben und ich, aber beide tun es wahrscheinlich. Ich glaube es nicht. Sie müssen es auch nicht glauben, um katholisch zu sein. Also das bricht ja alles in sich zusammen. Ich war diese Dogmengebäude. Und Gott sei Dank ist auch die moderne katholische Theologie dabei. Ich war dieses Unfehlbarkeitsdogma von 1870, 1871, man weiß, wie das zustande gekommen ist. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Ich war wieder zu revidieren und so zu reformieren, dass es nicht ein unüberwiebbares Hindernis für die Einheit der beiden Kirchen wird. Und wer bremst? Das sind natürlich Amtsinhaber. Mehr die Katholiken oder mehr die Evangelischen? Auf beiden Seiten. Die Ökumene spielt zwar immer noch eine Rolle, aber beide Kirchen haben sich doch etwas auf Distanz gegeben. In Pfalz ist da nicht mehr der Enthusiasmus und die Begeisterung, die Freude dabei, wie das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Das geht nicht für alle. Also in der Pfalz ist es vorbildlich, das muss ich sagen. Der Kirchenpräsident und der Bischof machen Ökumene. Es gibt eine Reihe von großartigen ökumenischen Einrichtungen. Zum Beispiel ist überhaupt nicht anzusehen, warum Caritas und Diakonie heute noch auseinander sind. Das könnte wirklich eine Einheit bilden, Diakonie und Caritas, die Spaltung auch in diesem Bereich. Das sind ja gerade die Einrichtungen, die am populärsten sind in der Gesellschaft. Die Kirchen sind eigentlich weniger populär, aber Caritas und Diakonie immer populär. Und außerdem ist es die gleichberechtigte Orientierung, die Jesus selber gegeben hat auf die Frage, was sind die beiden obersten Gebote, sagen der Pharisäer und Jesus gemeinsam, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und Jesus sagt ausdrücklich, beide sind gleichwertig, aber in der Praxis spielen Diakonie und Caritas eben die Rolle einer Unterorganisation sozusagen der Ordinariate und werden zum Teil sogar betriebswirtschaftlich reduziert auf Aufgaben, die nicht refinanzierbar sind, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich eine völlige Verkennung der eigentlichen Botschaft, wenn die Kirchen die Botschaft des Evangeliums, nämlich Nächstenliebe zu verstehen, als eine Pflicht, nicht als Gefühlsduselei oder Frömmigkeit, wo die Leute dann halt zum Himmel schauen und was weiß ich, sondern als eine Pflicht, denen zu helfen, die in Not sind. Das ist Nächstenliebe. Wenn Sie das nun wirklich verkünden würden, als die zentrale Botschaft, dann würden auch wieder mehr Leute auf Sie hören. In Ihrem Buch steht, jeder intelligente Katholik ist auch immer Protestant. Ja. Können Sie das so ein bisschen ausführen? Ja, natürlich, weil es also nicht gerade Ausweis von Intelligenz ist, an Mariendogmen zu glauben oder an die Unfehlbarkeit oder an das Zölibat oder dass Frauen nicht Priester werden können. Also das zu glauben, das nähert sich also eher in dem Bereich der Demenz. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, in die evangelische Kirche überzutreten? Nein, warum soll ich das machen? Ich bin katholisch und wenn ich nicht aus dem Laden rausgehe, dann kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Die Frage wird einem oft gestellt, auch wenn man in einer politischen Partei ist. Gerade wenn es schwierig ist, dann muss man drinbleiben. Und ich war an dafür kämpfen, dass sich die ganze Theologie oder die Politik, je nachdem, um was es sich handelt, auch tatsächlich der Zukunft zuwendet. Nun haben wir ja 2017 dieses große Jubiläum, Reformationsjubiläum. Die evangelische Kirche arbeitet schon seit Jahren auf dieses Datum hin. Welche Erwartungen haben Sie? Wo könnte die Chance dieses Jubiläums liegen und auch die Chance für die katholische Kirche? Also der Vorsitzende der EKD, Bedford Strom und der Münchner Kardinal Marx, haben ja eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Und seine Versöhnungserklärung haben sich gegenseitig entschuldigt für das, was ihre Kirchen in der Vergangenheit getan haben. Das finde ich sehr gut. Und dazu ist aber nur zu sagen, dabei darf es nicht bleiben. Es darf nicht bei einer Versöhnung bleiben, das ist an sich selbstverständlich. Sondern an sich müssten im nächsten Jahr ihre erste konkrete Schritte eingeleitet werden für eine Einheit der Christen. Herr Kaiser, dann warten wir jetzt ab, was passiert im nächsten Jahr. Ich danke Ihnen für den Besuch und wünsche Ihnen auch weiterhin gesundheitlich überhaupt alles Gute. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. 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 Vielen Dank.